Heute sprechen wir darüber, wie du die letzte Woche vor den Ferien nochmal so richtig dran bleibst. Willkommen zurück Abitur-Läden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abitur-Schnitt. Ich glaube einige von euch haben schon Ferien, für die meisten von euch ist es aber so, dass noch genau eine einzige Woche ansteht und wie du den der nochmal richtig, richtig durchziehst, das erkläre ich dir jetzt. Erstens, Fokus. Es ist natürlich geil, dass die Ferien so zum Greifen nahe sind, aber genau dieses Geile daran kann auch gleich die größte Gefahr sein. Und zwar, dass du die ganze Zeit dran denkst, oh, da ist dann Weihnachten und dann sehe ich vielleicht meine Familie, wer sich darauf freut. Ich bekomme Geschenke, ich kann Süßigkeiten essen und all diese Dinge. Und du denkst nur noch an, was danach kommt, was danach kommt und verpeilst aber voll, dass einfach noch der letzte Teil des Weges vor dir liegt. Deswegen, nimm dir wirklich, weil es steht ja auch meistens nicht mehr viel an, sondern konzentriere dich wirklich noch die ein, zwei, drei wichtigsten Sachen, die jetzt noch drankommen werden. Das sind wahrscheinlich noch vielleicht ein, zwei Klausuren, das ist vielleicht noch ein Referat, das ist vielleicht noch eine mündliche Abfrage. Fokussiere dich auf diese wenigen Sachen und hab da wirklich dann auch so richtig die Konzentration drauf, weil wenn du das machst, dann ist es auch wesentlich einfacher, darauf fokussiert zu bleiben, anstatt dann immer in Gedanken abzudriften, was dann danach kommt. Zweitens, kurze Reflexion. Das ist gerade dann mega wichtig, wenn du denkst, Alter, ich hab jetzt keinen Bock, nicht noch weiter durchziehen, oder wenn es gerade richtig hart ist. Dann überleg dir wirklich mal, was habe ich denn in den fünf Wochen seit den letzten Ferien schon alles durchgezogen, wo habe ich da schon Gas gegeben, in welchen Situationen habe ich da weiter gemacht. Vielleicht sogar in Bezug auf das ganze Schuljahr schon, die da ist auch schon einige Zeit, bin ich mal zu denken, was habe ich denn in diesem ganzen Schuljahr schon geleistet. Und dann fällt mir nämlich auf einmal diese fünf Tage jetzt noch durchzuziehen, wesentlich einfacher, einfach weil der Kontrast so krass ist und denkst dir, komm, das schaffe ich jetzt auch noch. Drittens, Tagesplanung. So Tagesplanung, Wochenplanung kann ja mitten unter der Schulzeit mal saukaotisch sein, weil es steht in der nächsten Woche drei Klausuren an, dann übernächste Woche nochmal zwei, dann nochmal drei. Und dann hast du das Referat noch und das, dann musst du noch zum Arzt und dann Führerschein und es ist so viel, du kannst es gar nicht richtig verarbeiten. Aber gerade in der letzten Woche vor den Ferien, dadurch, dass nur noch ein, zwei, drei Hauptsachen anstehen und du vielleicht insgesamt noch fünf, sechs, sieben, acht Sachen machen musst, kann man sich das einfach mega geil über die einzelnen Tage aufteilen. Das motiviert auch mega krass. Das heißt, ich würde mir wirklich zum Beispiel mich am Wochenende einfach hinsetzen oder kurz bevor es dann in die letzte Woche geht, wirklich nochmal hinsetzen und dir überlegen, hm, was muss ich eigentlich am Montag machen, was muss ich eigentlich am Dienstag machen, was muss ich am Mittwoch machen, am Donnerstag und so weiter. Und dass du das dann wirklich einfach so übersichtlich vor dir hast, von der Max irgendwie, okay, es ist schon an jedem Tag noch was, aber das ist an zwei Fingern abzuziehen, was ich noch zu tun habe und das pusht einfach mega, mega krass. Viertens, dann hab ich's. Also, dass du dir wirklich einfach gerade dann denkst, ah, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Dass du wirklich denkst, okay, komm, komm on, Bro, nur noch für diese eine Klausur lernen, nur noch dieses eine Referat vorbereiten, nur noch, ähm, diesen Tag nochmal zur Schule gehen und dass du wirklich denkst, dann hab ich's. Das ist so eine unterschätzte Sache, zum Beispiel beim Triathlon. Die meisten von euch wissen es, ich hab zehn Jahre lang Triathlon gemacht, vier Jahre davon auf bayerischer Leistungsebene. Und, ich weiß nicht warum, aber am Ende, egal wie lange der Triathlon war, also in meinem Fall ist da wirklich eine Stunde lang durchgehen. Du schwimmst so schnell du kannst, du fährst so schnell Rad wie du kannst, du läufst so schnell du kannst und du bist schon die ganze Laufstrecke, die letzten fünf Kilometer, die man da immer noch laufen muss, du bist am Arsch. Du kannst nicht mehr, du könntest kotzen, es ist einfach, du bist done. Du bist komplett done, du hast alles gegeben. Aber trotzdem, die letzten 100, 200 Meter zielt einfach jeder nochmal an. Obwohl das ja eigentlich von der Anstrengung her die größten sind, weil du hast bis zu diesem Punkt am allermeisten gemacht und dann nochmal 200 Meter zu laufen, ist eigentlich das Heftigste. Aber mit dem Ziel vor Augen, löst du einfach bei jedem nochmal Energie aus und genau das gleiche kannst du auf die Schule übertragen. Im Weg zu sagen, hey, es ist jetzt nur noch so kurz, nur noch so kurz. Ich kann den Freitag, den Samstag schon riechen. Das packe ich jetzt auch noch, das packe ich jetzt auch noch. Fünftens, Ausgewohnheit durchziehen. Wirklich, egal ob das die Hautaufgaben, ob das das Lernen, ob das die Vorbereitung für ein Referat oder was auch immer ist, es ist so eine geile Angewohnheit, alle Dinge, die man in seinem Leben tut, bis zum Ende durchzuziehen. Weil es verbreitet sich in meinen Augen langsam so eine gewisse Krankheit in unserer Gesellschaft, dass man Dinge nach 70 bis 80 Prozent, weil man sie ja quasi schon fast ganz hat, dann einfach aufhört. Und das ist einfach, das tut ihr nicht gut. Es tut ihr nicht gut. Und dieses Verlangen ist natürlich krass so, ah ja, jetzt haben wir bloß noch ein paar Tage Schule, chill dich mal ein bisschen mehr im Unterricht, mach ich da mal krank, ah ja, da machen wir eh nichts mehr. Zieh es durch, zieh es durch. Das ist jetzt vielleicht in der einen Woche nicht mehr so wichtig, aber in Bezug auf alle anderen Dinge, die du später in deinem Leben tust und auch die Gewohnheit, die daraus geformt wird, ist so zentral wichtig. Das heißt, zieh es einfach durch, wenn du die Disziplin dafür brauchst, kannst du rechts oben hier noch das Video, was ich schon vor einiger Zeit mal gemacht habe, wie man wirklich eine extrem krasse Disziplin aufbaut, anschauen findest du im I, einfach draufklicken und dann kannst du es dir reinziehen. Jetzt wünsche ich euch einfach noch toi, toi, toi für die letzten Tage. Denkt dran, ich glaube an euch, wir werden uns im nächsten Video. Übrigens, es wird auch die Weihnachtsferien komplett durch Videos geben, ja. No Excuses zum Thema Dinge hundertprozentig machen. Durchziehen, 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 durchziehen. Ich bin da als euer Abiturcoach und bis dahin, dein Leo.